In dem heutigen Video möchte ich dir anhand der aktuellen Marktphase ganz genau aufzeigen, warum du alle deine Altcoins verkaufen solltest, ja gar sogar Ethereum und auch den Bitcoin, zum Ende des Bullruns. Und warum es keinen Sinn ergibt, die Kryptowährung durchzuhaudeln über den Bärenmarkt hinweg und was du alles generell zu beachten hast. Hierbei werde ich dir erstmal nochmal die Gründe erläutern, warum ich der Meinung bin, dass der Bullenmarkt noch nicht vorbei ist und der Bullrun noch ordentlich starten kann. Zum anderen kann man diese aktuelle Marktphase aber schon gut zeigen und das Leid bei den Altcoins hervorheben. Somit sollte der Inhalt des Videos klar sein, also lehn dich gerne zurück und genieß die Show und lass mir gerne noch, falls du einen kostenlosen Mehrwert zurückgeben möchtest, gerne ein Like da und auch gerne etwas Nettes in die Kommentare schreiben. Somit hilfst du dem Algorithmus und dann würde ich auch schon sagen, wir starten direkt rein nach dem Disclaimer. Zum ersten möchte ich ganz kurz abhaken, warum der Bullenmarkt meines Erachtens nach noch nicht vorbei ist. Erstens hält sich der Bitcoin generell recht gut. Wir sehen auch El Salvador, die jetzt hier eine Bank eröffnen und sozusagen das Investieren vereinfachen. Dann sehen wir, dass sich hier regelrecht herum gestritten wird in einem Wahlkampfjahr um den Bitcoin und dass es ein Hauptargument ist, beziehungsweise einer der Hauptargumente ist, um einen Wahlkampf für sich zu entscheiden. Die Institutionellen sehen das Ganze ganz gelassen. Grayscale promoted Bitcoin, aber auch die Altcoins. Also wir haben hier noch extrem viel, was uns erwarten kann. Und hier ist der Chart, den ich ebenfalls sehr aufschlussreich finde, der uns zeigt, wie der Bitcoin generell nach dem Harbing performt hat. Und wir sehen zwar, ja, die Performance des Bitcoins hat mit der Zeit abgenommen, aber die Performance war immer und immer wieder überragend. Und ja, wir sind genau hier bei der schwarzen Linie. Hier seht ihr den Chart nochmal ohne meine Facecam. Aber auch weitere Gründe, wie das die Deutsche Telekom auf einmal Bitcoin-Mining betreibt. Das sind jetzt alles kleine Fakten, beziehungsweise auch kleine und große Fakten zusammengemischt. Die Narrative bleibt weiterhin bestehen. Zudem müssen wir auch sagen, dass Korrekturen ganz normal sind im Bullenmarkt und dass sie da eben ganz schnell passieren können. Gut, dennoch müssen wir auch folgendes sagen, und zwar die Total Three, also der Kryptomarkt ohne Bitcoin und ohne Ethereum, der wurde massivst abgestraft. Wir sehen es, es waren 27%, 219 Milliarden US-Dollar, die pur aus den Altcoins geflossen sind. Und wer sich jetzt denkt, okay, der Markt ist nur im Durchschnitt ca. 28% korrigiert, da muss ich nochmal folgendes hinzufügen. Hier sind auch die Stablecoins mit dabei. Ja, und die Stablecoins, die bleiben recht stabil, wäre das dann gedacht. Das heißt, hier fließt nicht so viel Liquidität aus dem Markt raus. Das heißt, wir können es anhand dieser Phase auch sehr, sehr gut zeigen, dass die Altcoins massiv abgestraft wurden. Und dass, wie gesagt, innerhalb von drei Monaten, das sehen wir auch hier, innerhalb von den 90 Tagen, dass Altcoins massiv abgestraft wurden. Und ich weiß noch, wo ich in einem Video erwähnt hatte, dass wir hier 50 bis 70% fallen können bei einigen Altcoins oder bei recht vielen Altcoins. Auch in einem Bullenmarkt und wo viele auch gesagt haben, hey, also das halte ich für etwas zu viel. Und jetzt sehen wir tatsächlich, was hier abgeht. Pyron minus 87%, Kryptonite minus 75% innerhalb von 90 Tagen, Commune AI, Solama, Veracity und viele, viele weitere Kryptowährungen. Insbesondere die kleinen Small Caps, die Micro Caps, aber auch generell. Cy beispielsweise minus 60%, massiv. Bitensor minus 60%, alle Zero. Und das ist meines Erachtens nach ein Vorgeschmack, der auf uns wartet, wenn wir den Abstieg oder den Ausstieg des Bullenmarktes bzw. auch ganz am Ende des Bullruns verpassen. Denn, wie gesagt, das deute ich zum aktuellen Zeitpunkt als eine stärkere Korrektur. Der Bitcoin, dem geht es ja noch ganz gut. Wir sehen das auch anhand der gesamten ETFs, die sich auf den Bitcoin stürzen, anhand der Retailer, die sich auf den Bitcoin stürzen. Alle News hier, die sehr, sehr bullisch zu betrachten sind, da geht es um den Bitcoin. Deswegen ist der Bitcoin für den Greed Index zum aktuellen Zeitpunkt auch noch sehr, sehr gut und grün und in der Gier. Bei den Altcoins sieht es, wie gesagt, ganz, ganz anders aus. Die wurden massiv abgestraft. Und einige Altcoins sind tatsächlich auch günstiger als jemals zuvor, was ich persönlich wirklich geistesgestört finde. Also alle Zero bei 52 US-Dollar Cent. Wichtiger Disclaimer, ich nehme das Video eineinhalb Tage vor dem Upload auf, da ich nämlich sonst keine Zeit gefunden hätte, aber auf jeden Fall ein Video, vor ich produzieren wollte. Das heißt, ja gut, die Zahlen könnten etwas anders sein, aber die Message, die bleibt die gleiche. Und das ist wirklich unfassbar, wenn man sich hier so durchscrollt. Egal, ob die Kryptowährung ein starkes Fundament hat, egal, ob die Kryptowährung eigentlich eine gute Price Action hat, Multiverse X 52% abgestraft, Avalanche 53%, Arbitrum 55%, Casper minus 48%, jede einzelne Kryptowährung hat es massivst getroffen. Und nur die wenigsten Altcoins sind hier wirklich im grünen Bereich, Casper, BNB, Realio Network und Jasper Coin. Und ich möchte euch einfach nochmal den Historical Snapshot zeigen, das heißt, die Daten vom 1. Oktober 2023, wie es hier eben aussah, Bitcoin bei 27.000 US-Dollar, Ethereum bei 1700. Dann gab es aber auch Kryptowährungen wie Solana, die aus dem aktuellen Zeitpunkt aus nochmal sehr, sehr gute Performance hatten, vom Oktober bis jetzt. Solana war damals zum Beispiel bei 23 US-Dollar. Der Toncoin bei 2 US-Dollar. Also hier hat sich natürlich einiges getan. Und auch wenn man diese Phase als wirkliche Einkaufsgelegenheit sehen kann, und ich weiß, viele denken sich jetzt auch, A, Einkaufsgelegenheit, vor einer Woche war eine gute Einkaufsgelegenheit, heute ist eine gute Einkaufsgelegenheit. Und ich weiß, dass es vielen Leuten noch auf die Nerven geht, sowas zu hören. Ja, wann hören die guten Einkaufsgelegenheiten endlich mal auf? Das kann dir tatsächlich keiner direkt sagen, insbesondere, wenn wir uns weiter in so einem Sommerloch befinden. Aber wovon ich fest ausgehe ist, dass die Preise super sind zum Nachkaufen und ich habe auch einige Käufe getätigt. Falls ihr die gerne wissen würdet, dann schreibt mir das mal gerne in die Kommentare, mache ich gerne ein Video dazu. Das sind drei Altcoins, die ich mir öfter auch in mein Portfolio mit integriert habe und aufgestockt habe. Aber ich gehe davon aus, dass wir noch einen ordentlichen Pump sehen werden und das Krypto noch einmal mindestens extrem explodieren wird. Und das ist der Zeitpunkt, wo wir wirklich alles abstoßen müssen. Bitcoin, gut, da kann man etwas argumentieren, da sich auch die Retailer drauf stürzen, die ETFs jetzt mit dabei sind und sozusagen auch den Fall dämpfen können. Aber nichtsdestotrotz, wir müssen uns vorstellen, von einem Bullenmarkt zu einem Bärenmarkt ist es so, dass der Bitcoin bis zu 80% abgestraft wird. Das ist eigentlich recht typisch. Und ja, die Altcoins 90, 95% abgestraft werden, einige sogar mehr als das. Und wir sehen es ja wie gesagt auch hier zum aktuellen Zeitpunkt. Ich denke mal, das sollte keinen verwundern. Und den Schmerz, den einige Investoren zum aktuellen Zeitpunkt haben, ich kann es vielleicht etwas nachvollziehen, auch wenn ich recht gut in den Bitcoin investiert habe und mich somit dieser Crash nur zur Hälfte betrifft sozusagen, kann ich es nachvollziehen, dass einige jetzt wirklich denken, boah krass, sowas hätte ich nicht erwartet. Aber genau das ist der Kryptomarkt und wie gesagt eine perfekte Vorbereitung auf genau den Moment, wenn man sich den kompletten Bärenmarkt durchhodeln muss, wenn man nichts verkauft hat. Und dann hat man auch weniger Liquidität, die man dann in solche günstigen Preise reinballern kann. Dann sind wir mal ehrlich, wer hat denn zum aktuellen Zeitpunkt massiv Geld und Liquidität, die man jetzt dem Markt hinzufügen kann. Wenn wir ehrlich mit uns sind, haben wir gar nicht mehr so viele Ressourcen. Man hat vielleicht das monatliche Geld, was immer dazukommt, was man für den Kryptomarkt entbehren kann. Aber das war es dann auch schon. Und meistens trifft einen der Kryptomarkt genau dann, wenn die günstigsten Preise mit dabei sind, dann fehlt einem das Geld, um zu investieren. Und das wollen wir auf jeden Fall vermeiden. Wir wollen uns im Bärenmarkt, im tiefsten Bärenmarkt massiv einkaufen. Wir wollen die günstigsten Preise erreichen, die es natürlich so gibt und generell sehr, sehr stark Einkaufspreise erreichen. Und dazu brauchen wir Liquidität und das ist unglaublich wichtig, dass wir den Absprung schaffen vom Bullenmarkt, von Bullrun. Unser Geld in Tether parken oder auf ein Bankkonto überweisen sozusagen. Und dass wir dann ganz entspannt im Bärenmarkt wieder einkaufen können. Ja, ansonsten sollte eigentlich alles gesagt sein. Falls ihr da noch nach einer Kryptobörse sucht, wo ihr eure Investitionen tätigen könnt, in Altcoins, die es auf so gut wie keiner Börse gibt, die noch keinen Börer miterlebt haben, das heißt ein maximales Explosionspotenzial haben, dann checkt gerne mal BingX aus. Wir haben hier auch eine benutzerfreundliche Oberfläche, somit auch zum Trading geeignet. Plus, mit in der unten in der Beschreibung kannst du dir bis zu 5000 UCD einen Tradingbonus sichern und unterstützt somit auch meinen Kanal kostenfrei. Und wie gesagt, die Phase ist zum aktuellen Zeitpunkt halb so schlimm, denn die Korrektur war auch irgendwo mit einberechnet. Man wusste nicht, wann sie kommt, aber man hat sie erwartet. Und zum aktuellen Zeitpunkt stehen die Karten auch gut, dass es auch nach dem Sommerloch weitergehen kann. Und zwar ordentlich und explosiv. Von daher, wie gesagt, nehmen wir die ganze Sache als Learning. Und somit lernt man natürlich auch, den Markt besser zu verstehen. Und die 20x-Thematik, die 50x, die 100x, die man in dem Markt immer anstrebt und realisiert, die sind nur möglich, indem wir solche massiven Korrekturen auch sehen. Das müsst ihr euch auf jeden Fall verinnerlichen. Falls ihr keiner weiter solcher Mindset-Videos verpassen möchtet, sehr, sehr gerne ein Abo dalassen und auch die Glocke aktivieren. Da können wir auch gerne mal ein Video dazu veröffentlichen, was so meine goldenen Regeln sind für den Bull Run 2024 oder 2025. Gerne mal in die Kommentare schreiben. Und ansonsten würde ich auch schon sagen, dann sehen wir uns bis hin zum nächsten Video. Peace out.